Hallo und herzlich Willkommen zu Summoners War Chronicles. Heute mit einer neuen Beschwörungsrunde und zwar Einhörner. Also bis jetzt, keine Ahnung, wir hauen einfach los. Erste Fazit, ich glaube, die sind nicht so pralle. Das Blaue ist das Beste wohlgemerkt von allen und deswegen fangen wir mit Rot an. Aber ey, ich habe 1000 Rollen, ist mir egal, weil ja, wenn es bei jedem Zweiner braucht, dann ist das halt so. Bei 1000 Rollen kann ich mal flexen. Naja, ein bisschen flexen. Aber eigentlich hoffe ich, dass es so schnell wie möglich vorbei ist, weil ich möchte gar nicht so viel Rollen dafür verbrauchen. Ich glaube, ich habe falsch angefangen. So, 1000 Rollen. Ich weiß gar nicht, welcher Account das jetzt gerade ist. Ist ja auch egal. Wir machen eh beide. Und nichts. Ja, sonst habe ich immer die Element Rollen geöffnet. Aber ganz im Ernst, ich glaube, ich hatte da nur bei den Chakrams bis jetzt das Monster, was ich haben wollte, um das zu sparen. Und sonst keins. Also von daher habe ich mir gesagt, das lassen wir ab sofort. Ähm, wie war das? Ich kann hier an eine Seite klicken, dass die ein bisschen schneller sind. Und ich werde sterben. Nein, du zuerst. Ähm, okay, du bist kein Einhorn. Weiter. Hättest du nicht eine LD sein können. Mensch, ich wollte doch endlich mal ein Video haben, wo ich in einer scheiß MS ein LD ziehe, weil ich das noch nie gemacht habe. Naja, ist ja auch egal. Ähm. Wie viele Rollen habt ihr für jedes Einhorn gebraucht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare herunter schreiben, weil das interessiert mich halt echt immer mega. Ähm, ob ihr da... Manche sind ja echt schnell, ne? Also, ich habe schon Leute gesehen, die haben 40 Rollen für drei Einhörner gebraucht, wo ich mir so denke, ja, bei eins sehen, beim nächsten sehen dann noch 20. Kann man mal mitnehmen. Auf jeden Fall ist hier ein niederstrahl. Ich werde alles zerstören. Wer ist das? Was willst du? Geh! Schimäre! Nicht Einhorn! Einhorn! Nicht Schimäre! Ah, also... Was war das erste? Konfu Panda, genau. Konfu Panda in Wasser und Schimäre. Also... Das ist jetzt schon eine 200er Nummer. Äh... Äh... Also wenn das jetzt hier... Ich... Du kannst mein Schild durchbohren. Das ist definitiv mein Account. Das ist definitiv mein Account. Äh... Ja, das ist definitiv mein Account. Also wäre der jetzt neu gewesen, dann wüsste ich, dass... Ich habe bei meinem Drink nämlich nicht dieses Monster Book gemacht. Dann wäre der nämlich jetzt neu gewesen. Ja, ist der 200. Ne? Ähm... Wir haben ihn. Wir gucken uns das Video an von ihm. Ich liebe einfach diese Strahlen. Yeah. Hatte... Äh... Halt dich gut fest. Ich... Oh. Oh, sie kommt als Dings. Das ist aber cool. Das haben sie cool gemacht. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Okay. Das war cool. Ich habe aber irgendwie jetzt nicht geschafft, das zu lesen. Aber 200 Stück für ein rotes, ja? Komm, Wasser geht fast. Sende. Aber... Also... Wenn das jetzt das... Äh... Zwei? Von jetzt an werde ich dich beschützen, Meister. Nein! Ein Rätisch. Ach, äh... Kein Rätisch. Ein Bestiemonk. Komm! Im Wind. Super! Hey! Klasse! Hm... Also, das fängt ja schon mal richtig scheiße an. Es ist geil, es sind zwei Monster aber trotzdem. Oh... Kann man gleich skippen. Ähm... Wir wollen ein Wassereinhorn. Wassereinhorn. Das hätte ruhig zweimal kommen können. Ah, das wäre so geil gewesen, ne? Nein, ey. Da kriege ich zwei Fünfer. Komm, wäre das gekommen, zweimal Wassereinhorn. Das wäre so nice. Einfach. Aber na ja... Es soll kein... Zwei Horn werden. Ja... Aber die Überlegung im Kopf ist... Jetzt sind die Einhörner. Was kommt danach? Was kommt danach? Denkt der das auch schon manchmal? Oh, was kommt nach den Einhörnern? Das ist die große... Frage. Die große Tragik. So, ähm... Komm schon, bitte. Ich will nicht 200 brauchen. Das ist so, so, so mies in der letzten Zeit, ne? Ich bin so froh, dass ich tausend Rollen gesammelt habe. Aber dadurch, dass die doch nicht so gut sind, die Einhörner, habe ich mir gedacht, okay... Kann ich schon mal fürs nächste sparen. Und äh... Geil. Einfach geil. So. Und dass jetzt das Wasser ist, wir können echt zu Ende. Gehen. Ähm... Oder? Vertrauen mir. Nichts können uns aufhalten. Ja... Wie ist das cool, wie sie angesprungen kommt. Das ist schon nice, ja. Ist schon nice. Da haben wir... Aha... 130. Das ist so... Das Wasser ist nicht schlecht. Ziehen wir jetzt zu Ende? Ja, komm. Wir hauen jetzt noch 70 rein. Habt ihr Wesen was? Und Gaffen. Oder Honig. So, das war schon mal ne Nulpen-Nummer. Ich sag mal, ich krieg gern haufenweise Foodie. Los, nochmal. Komm. Komm schon. Lila strahlen. Lila strahlen. Wir wollen... Oh, was war denn das? Wir wollen... Oh, oh. Lila strahlen. Einmal. Okay. Komm relativ... Vertrauen mir. Nichts kann uns auffallen. Da ist es. Nummer zweites Mal. Yay. Ja, ich... Krieg sie dreimal. Das ist super nice. Ähm... Äh... Definitiv super nice. So, jetzt sind wir bei 100. Also, 20 kommen noch, ne? Ein... Also, wenn jetzt nochmal was kommt, dann keine Ahnung. Dann hab ich heute so ein bisschen was gepachtet, aber... Das war's. Dafür haben wir ein Wasserhorni. Yeah. Uh. Guck mal, was der für ein Schweifert. So, dreimal Wasserhorn. 400 Rollen weg. Next. Oh, bitte geh schnell. Also, bitte. Ich hoffe eigentlich ehrlich, dass der schnell kommt. Also... Wenn ich 600 Rollen vollballere, finde ich das immer doch so ein bisschen... Huh. Gut, ich hab trotzdem noch 400 für die nächsten. So ist nicht, aber... Dies muss doch nicht sein. Es sei denn, jetzt kommt ein LD. Hey. Ey, so viele Leute haben hier immer so saumäßig Glück. Haben irgendwelche LDs zwischen. Ich will auch... Komm. Einmal will ich das auch haben. Weil sonst glaube ich denen das nicht, dass das einfach so dazwischen sein kann. Ja, wo ist es denn? Hey, Lila. Wuh. Komm. Ja, wo ist es denn? Let's gather the... Energietes... Was ist das? Äh. What? Warum? Geh nach Hause! Ein... Irgendwann will ich den auch noch bauen. Irgendwann. Nein, nein, nein. Komm, bitte. Vor 100. Komm. Ich will nur nicht so viel verballern. Mit 500 wäre ich genau bei der Hälfte. Das wäre gut. Ich sag mal, klar, ich habe jetzt 70 reingesteckt im Wasser, aber... Es kam ja noch zweimal, wenn man es so will. Ah. Ja. Einmal, Lila. Wer wagt es, mein Reich zu betreten? Hä? Hallo, Drachen. Äh. Das finde ich ja gar nicht toll. Jetzt muss ich den Drachen zurücksetzen. Ähm. Ja. Schieße. Ich glaube, den habe ich voll erweckt. Oh. Es geht gleich weiter. So. Komm. Wir gucken. Das könnte... Juno? Juno? Die habe ich noch nie gezogen. Tatsächlich habe ich die noch nie gezogen, ne? Ich glaube, das erste Mal habe ich die durch ein Ticket oder so. Okay, ich kann Juno auch zurücksetzen. Nein. Ich muss mal das wirklich machen, die ganzen Monster zurücksetzen. Ich habe, glaube ich, zig, äh, Stücke schon. Oh. Es ist so... Rein theoretisch könnte ich jetzt bis 600 voll kippen, ne? Also, wenn es jetzt noch kommen würde, ähm... Dann hätte ich schon mit den grünen Skill-Ups für die Wasser... Unicorn. Hm. Wenn es jetzt kommt, heißt das. Rein logisch gesehen. Ähm. Rein logisch gesehen wird es aber nicht kommen, weil... Sie sagt heute, du hast zu viele Rollen. Komm, wir gehen auf die 600. Go, go, Power Rangers. Was ist das? Ne. Das letzte, wa? Hm. Es sollten 600er werden. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt kommt, ne? Also... Do you hear that? It's time to ride the wind fly. Ah, das hatte der eine aus meiner Kilde auch. Der hat genau beim 200. Zug das 100 gekriegt und hat quasi noch eins dazugekriegt. Ah, das ist schon... Nein. Das ist schon verdammt, verdammt ärgerlich. Aber ich sag mal, okay, so hat das Wasser schon mal zwei Skill-Ups. Ähm. Wind werde ich erstmal nicht bauen. Ähm. Wie war euer Glück? Erzählt's mir. Schreibt's unter die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschaui. Erzählt's, wie? Liszt's, wie ist das denn? Das schreibt's, wie es gerne gespielt. Wie bist du alles? Ja. Die können aus, wie wir uns Haus z столько Sachen shaking.